Guten Tag, ich möchte noch mal an jeder und an diesem Abend willkommen heute, wo wir ein sehr, sehr wichtiges Thema werden durchnehmen von dir, über diese Freude, dass du und ich erkannt haben, wo wir überhaupt leben. Das ist eine sehr wichtige Freude. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen für diese wichtige Freude nicht eine Antwort haben, nicht eine passende Antwort. Weil es von der Seite wie viele, viele Menschen, Römer uns, und vielleicht erst der Doktiv eine ähnliche Geschichte, dass man erkannt nicht und man weiß nicht, wo einer überhaupt lebt. Weil es, wenn wir nicht wollten, wo wir leben, dann wollen wir auch niemals ein passendes, ein reiches Ziel im Leben haben, weil man dort gar nicht wollte. Also wer wir, an der Bibel, von der sollen wir eine Antwort kriegen für diese Freude, ob wir wollten, wo wir leben. Weil Wilhelm Busch, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Moment kennt, ich gleich den Sinne Beker zu lesen, der hat erklärt, dass es im Zweiten Weltkrieg, oder erst in den Ersten Weltkrieg, das ist mir nicht nur ganz sicher, wo er eine Westerdeutage erlebt hat, in der ersten Prediger war es, wo sehr, sehr viel mit Jugendlichen geschauft hat. Der hat sogar ganze Beker geschrieben, wo er extra bloß und Jugendliche gerecht sind. Und irgendwie, so ist Beschreibung und das sagen von ihm, er hat einen wunderbaren Weg, wo er die Jugendlichen abzunehmen hat. Und dann hat er sehr viel Zeit, und er hat sehr, sehr viel gepredigt, und er hat einen einzelnen Tag, und wir waren so, dass er ein Thema verbringt, die Jugendlichen. Und dann sehen die Jugendlichen mal da an, von der soll es uns nicht ein Thema verbringen. Von der werden wir mal mit dir eine Unterhöhung haben. Wir werden mal eine Diskussion haben mit dir. Und dann soll der Krieg über diese Fräule gehen, ob man weiß, wo man überhaupt lebt. Okay, dann sage ich, das ist nicht ein Problem. Und dann sage ich, dann werden wir uns mal mit dieser Fräule beschäftigen, wo ein Mensch überhaupt lebt. Und dann fängt er an. Dann sagt er zu den Jugendlichen, wir werden eine passende Antwort für diese Fräule geben. Dort soll nicht so sein, dort, wenn ich eine Fräule stehlen darf, wenn wir diese Fräule gerade stehlen dürfen, wo toll lebt ein Mensch überhaupt. Der Antwort soll nicht bloß eine fräule Frau abweichen, sondern dort soll eine Antwort sein für diese Frau. Okay, dann sagen die Jungs, wir sind treu. Dann werfen wir einen Unfall. Und dann frage ich den Wilhelm Busch einmal ein, und sage ich da, wo toll lebt ein Mensch überhaupt. Und sage ich dieser, dass wir damals aus dem Krieg, Menschen werden damals sehr mit dem Krieg beschäftigt, und dann sagt er, dass wir in den Soldat, wenn er das sagt, dann sagt er, ich sehe für mein Volk dort. Dort ist wo toll auch in dieser Welt sein. Wenn wir in den Soldat, dann einfach das Volk. Okay, dann frage ich den Busch diesen dann, okay, ob du toll hast du das Volk tun? Wenn du sagst, du bist für das Volk, und ob man nicht die Antwort fängt, ob du toll hast du das Volk tun? Dann darf ich dir das nicht die Antwort geben. Dann möchte ich das, das wird nicht eine Antwort für diese Frau. Und dann sagt ein anderer, ich sehe auf dieser Welt, um meine Pflicht zu erfüllen. Weil, was ist deine Pflicht? Was ist deine Pflicht? Und dann sagt Wilhelm Busch, meine Pflicht ist, das Evangelium zu verkündigen. Und das wird ich da. Ich da meine Pflicht erfüllen, weil ich weiß, was man damit erregt hat. Und bei dieser Pflicht, was wird das? Alles wird verküllen, nicht so, wie eigentlich, wo man sich überreden. Und dann sieht ein anderer, ich habe mich so viel Zeit genommen und habe rückgefunden, dass ich in der saßtierenden Generation meine Verfahren alle abzahlen konnte. Es ist dort nicht ein Groter, es ist dort nicht etwas Besonderes, wo ich da bin. Ich kann die Sastien-Generation treten mich, gerade meine älteren, Großeltern, högere Fisch und so weiter. Ich konnte alle abnehmen, wann ich geboren bin, wann ich gestorben bin und so weiter. Dann sagt Wilhelm Busch, bitte ich nicht und. Und dann sagt er, wenn wir nicht wollten, wo ich diese Sastien-Generation gelebt habe, dann hat das nichts, das muss ich noch die Arbeit. mit mir die 17. Generation zu studieren. So geht mal, das darf nicht der Antwort, wo ist ein Mensch, Und dann sagt ein anderer, ich sie, du, am zu arbeiten. Und dann sagt Wilhelm Busch, dass viele, viele Menschen erleben, sie arbeiten. dann sagt er, viele Menschen, er grob steuern, wenn sie von dieser Erde weichgegangen sind, dann sagt er, du blössest das, nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Und sie hat keinmal an sich selbst gedacht, wo jetzt meine Reis haben. Ich bin immer in der Höhe, ich bin sehr beschäftigt, ich schaff immer, aber erst dort, wo du gemerkt hast, habe ich wirklich so ein sein, so ein Glauben, dort ich bin, ob du sie hier schaffst. Dann sagt Wilhelm Busch zu diesen Jungen, wann ein Pied das sein wird, dort wird es stemmen. Weil es ein Pied ist, du bist bestimmt zum Schaffen, aber der Mensch ist nicht zum Schaffen. Dann ist da noch eine, heute sage ich, ich will Doktor sein, ich will Doktor sein, dort, wo du ich bin. Dann sagt er, es dort nicht wird ganz besonder, wann ich mich über die Lehren aus dem Doktor in Ägwutchen kranke Menschen dort leben werden, habe ich da nicht einen besonderen Zweck erfüllt in meinem Leben. Dann sage ich, Busch, zu diesen Jungen, wenn ich nicht weiß, wenn der Mensch lebt, dann gibt es ihm ein bisschen Spitz, dass er sterben konnte, dass er hier war. Ich sage, hier war ich. überhaupt dort, wenn ich einen kranken Menschen gesund merke, nicht soll die Leben sein, aber ich weiß nicht, wo du leben soll. Möge ich, das täte nicht die Antwort geben. Und dann sagt ein anderer, er will Lehrer sein, er will Menschen hoch ueilen, er will sich hoch ueilen, und er will Menschen ueilen, weil wenn einer nicht weiter wird, ein Mensch lebt, dann habt ihr das nicht ueilen. Das ist einmal bis ich die Antwort oder du willst vielleicht noch ein anderer und sagst, er will Bücher werden, ich will immer ackern, ich will ein doel ackern, ich will immer tun sein, so dass die Menschen genügt am eten haben. Wenn er nicht weiß, wo der Mensch lebt, wo halb die Menschen 70 Jahre sord fordern, wenn einmal nur 70 Jahren püsten den den Ohren aus, dann lebt er im Graf und dann verweist der Mensch. Wo du hast so ein Mensch gelebt? Und ich möchte einfach leben und diese Frauen freuen. Worum lebst du? Wo lebst du? Dort ist nicht so, dass einige Menschen sagen, ich sind hier ein Zufall. Meine Eltern haben mich nicht mal gewollt, ich sind ein Zufall. Gott hat für jeder Mensch in dir. Gott ist nicht so, dass immer ein Mensch nicht gewollt wird. Gott will den Mensch. Wir können nicht sein, dass Gott nicht in Joach für den Menschen ist. Alle Kinder von Bütter geboren sind, für der ist nicht rot. In der Bibel fängt wir nicht. Für so die Menschen nicht ist. Für der ist der Herr Jesus auch am Krieg gestorben. So dort leben es nicht bloß ein Zufall. Also worum ist diese Fräu ob einer den Sinn vom Leben erkannt hat, worum ist dir so wichtig? Einmal wollte ich ihn so sagen, wir haben bloß ein Leben. Wir haben bloß ein. Wenn du das Leben lang gelebt hast, die kostet nicht drei drei. die kostet nicht ab dem Leben sein, die so gelebt haben, die werden alle drei drehen. Die werden eine Heimat vom fairen Umfang. Das ist dort schafft das nicht. Wir haben bloß ein Leben, das gibt keine Wiederholung. In einem Buch sage ich das Millionen von Menschen, die waren im Augenblick, wo sie stoffen, da waren sie denken, ach, wenn ich noch einmal von fern anfangen mein Leben zu leben, ich würde ganz anders leben. Wo viele Menschen geht das dort. Wenn wir von dem er kann, viele Menschen gehen, ich würde sagen, dass Mensch wohne sein Leben nicht für den Herrn Jesus angesagt hat, in der Leben steht, wenn er einmal am Schluss von seinem Leben kommt, dann steht er dort an, wurde er bloß verpust in diesem Leben. Wurde er verpust, wurde sein er für ein Narr gewaßt. Wird ihr in die gerade der Narr im Leben als Sohn er sich nicht räumert für die Ewigkeit. Der Wimmel ein Wirt der ohrt sich säuert über einen von seinen Knachs. Der hat irgendwo Darm gemerkt und schwer gemerkt, ich weiß nicht, worauf er alles geschaffen hat. Aber der Wirt ohrt sich säuert über dem, dann sagt er zu diesem Knach, hier ich einen Stock geben, aus den Teten, dort die geratze Narbes, wo das ab diese ihr gebt. Dann sagt er wir noch zu den Knach, wenn du einmal im Leben in gerater Narbes fängst, aus du einer Bess, dann kannst du dem Jahn den Stock geben. Wenn ihr den Tät verjängt, mit 11 Tag, nur Jahren, dann wird es krank. Und der wird sehr krank. Er wüsstet, muss sterben. Und dann sagt er, es wird diesen Orbeeren sterben, und er geht durch wo ein Kämmermeier treten werden. Wo sagt das Orbeeren dann den wird, wenn du dort weißt, dass du nicht wo die Kämmermeier treten kommen, dann wüsst du dich ganz gemerkt haben. Dann sagt er, nee, er hofft nicht. Er hat sich nicht reit gemerkt. Und dann darf das Knarch den wird in den Stock treten. Dann sagt er, du seht, wenn ich immer in gerater Nahr fängt aus einer Sein, dem soll ich den Stock geben. Was es für eine Dummheit, wo keinen Mensch so türi nicht handel. Ich weiß das rein oder viele Menschen weiß nicht richtig, was zu tun haben, aber nicht in dieser Versammlung. In dieser Versammlung weiß was sie zu tun haben. Der Mensch weiß , er muss mich reiten für die Ewigkeit und er hat nicht und er tut nicht und er tut um die Verbegehung immer einmal plötzlich vielleicht gar nicht so abgeregt sein Thron. Das ist was die Bibel sagt. Wir waren alle zu ihr worden, so dass wir von ihr genommen sind. Und der Dach kommt, wo wir alle waren sterben. Was dort ist, woran diese Freude so wichtig ist. Wo lebe ich auf dieser Welt. ein Mensch wird wie können von der und da viele Dinge von fairen anfangen. Du hast ein Hef und du hast ein Fehler gemerkt, du bist beschmutzt, vielleicht dich Tint geguckt und so wieder und das hat alle so verdorben, dann kommen und das Hef weichschmieten und das Leben nicht. Das Leben kostet nichts. Das Leben wie bloß einmal. Und wenn du von dir 20 Jahre bist und du lebst noch nicht vor dem Hef wie viele Jahre hast dann gelebt, wo du das Leben einfach bis verschwendet hast. Also wir leben ab diese ihr für eine große Ursache aus von einem Mönch einer Glauben der. Gott hat dem Menschen gewohlt und kein Mensch ist ein Zufall. Weil du willst Gott um das vom Gerecht. Wenn wir im Hebräer 27 lesen, du sagst, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und da sagst in Offenbarung Kapitel 20 Vers 12, da die Däudie, der worden nur gerichtet, was in den Büchern geschrieben steht. So ich sage mal, du bist dazu wichtig, der Mensch muss abseilen, der Mensch muss vergerecht, wenn wir wollen vergerecht kommen, und dort sind, das nicht bereinigt, das nicht abgereinigt in diesem Leben. Das Wort nochmal hier sage ich, der Mensch kann leben aus dem Tier, aber kann nicht sterben aus dem Tier. Wenn ein Mensch hat eine lebende Seele, der Mensch unterscheidet sich von dem Tier. Dort seien gehoffert seien die Menschen die Tieren seien Seelen. Aber das ist ein ganz gerade ungescheid, wir können bloß von dem Menschen lesen, dass Gott sein Odem in den Menschen nennen bloß und dann sagt der Mensch eine lebende Seele. Kein Tier hat Gott sein Odem empüßen. Der Mensch ist anders. Es ist so wichtig, dass wir uns über diese Frau Gedanken merken, wo ich leben habe. Ich will Gott haben ein für alle Menschen. Und ich will nicht ganz vom Horten sein, dass Gott ein feiner Plan für den Menschen. Oder glaube ich, dass Gott irgendein schlechter Plan hat mit den Menschen. Dass die Frau ist, ob ich den Plan von Gott mit mir hat zu führen. Ob ich mich in Gehorsam am Gehen Ewa dort eine ganz andere Freu. Aber Gott schuf den Menschen, so ist die Bibel zeigt in 1. Mose 1. 27 nur sein Bild. Wenn ihr aus Gott den Menschen gemerkt hört, dann liegt Gott in Gewäss Mut. Und die Menschen, die Fall von dem Eben Bild Gottes, der Sünden voll, das Säure bekommt, immer war er gesagt, in diese Oven, das Sünden voll kommt dazwischen, dann verlor der Mensch das Eben Bild Gottes. Der Mensch lebt nicht mehr, so Gott das will. Aber Gott mögt den Menschen nur sein Eben Bild. Und wenn ihr das Eben Bild Gottes verloren habt, dann weiß wie von der Schrift her, dass Gott sein Sehnschäckend hat auf diese Ere. Und das verlorene Bild, das der Mensch verloren hat, war ein Trä durch Hand der Stau. Dort ist Gott sein Blum. Gott will, dort der Mensch genehm am Leben in Dez. Also in Jesus Christus, in jeder Mensch, wo er in Jesus Christus ist, du hast das Eben Bild Gottes vor er trä gekommen. Du hast den Sinn vergiebt und du hast Leben erschienen. Also wenn ein Mensch nicht weiß nicht wo er lebt, dann wird nie mal ein Ziel im Leben haben. Und wie das ja fand auch viele Menschen die nicht wo sie leben. Also Menschen die nicht wo sie leben sie leben einfach bloß im Genuss. Viele Menschen die leben einfach bloß auf diese ihr und dort leben zu genäuten. Sie leben ein hoffiertiges Leben. Sie leben in mit Eugen los, Fleisch los, und einfach wo entjankert. die Andere das ist immer so, die Menschen die für immer leben auf dieser Jahre will all sein Streben, all die Anstrengungen die Menschen sich anstrengen hat, das handelt sich bloß an dieser Jahre. Das handelt sich bloß an Dinge die diese Zeit sind. Ewigkeits wird. Wenn wir nicht wissen, wo wir leben, dann spenden wir unsere Tät, unsere Energie, unsere Geld, einfach bloß für die Dinge, die diese Welt gehören. Wenn wir von Gott im Gerecht erschienen, dann wird Gott den Menschen froh. Und für viele Dinge, wo die Menschen in diesem Leben so viel Tät vergenommen haben, so viel gespendet hat, für die wird sich überhaupt nicht interessiert. Für das wird uns immer so wichtig wie du wirst sich überhaupt interessiert. Dort lässt so viele Menschen erleben, und ab diesem Jahr, der hat ein Ziel. Dort muss sein, wo Riechse in diesem Leben noch kennen wollen. So soll einmal sagen wofel Gitar sie sich anhäufen können in diesem Leben. Er hat dort irgendein Ewigkeitswirt, es dort verärmen, solange wir bloß für solche Dinge streben in diesem Leben, wird mit Tät vergehen dann haben wir an Tät wo Nenn investiert wird nicht weil ich in Wirt habe. Ich kann mich nicht feststellen dass dort eine Person ist wo er erkannt hat wo er lebt wenn er bloß für diese Welt lebt. Wenn er bloß für das Geld lebt. Wenn er bloß für die Gitar in dieser Welt leben hat. Das kann nicht sein. So es fehlt gleich auch ich bin zum Arbeiten du. Ich sehe dass Wilhelm Busch die Menschen zum Arbeiten wenn ein Mensch sei ich zum Arbeiten dann habe nicht der Reiche und er soll ihn nicht schaffen sicher die Bibel sagt wir sollen schaffen Adam aus Struf wurde immer mit Mühe seine Arbeit und seine Acker besorgen der Acker war verflucht und wurde immer an Angriff kämpfen und Äußer kämpfen und so wieder so schaffen es ans Befuhlen ich nicht gehen schaffen bloß wenn wir Gläuven dort mein Ziel ist in diesem Leben zum Schaufen dort stimmt nicht der andere lebt einfach zum Eten und zum Trinken Paulus sagt in 1. Korinther 15 23 lasst uns essen und trinken denn morgen sind wir tot dort es Menschen ihre Einstahlung wenn ihr blüspert so wie es dort denken also sie leben so als wenn mit dem Tod alles üt ist wenn mit dem Tod ein Eng Haf also wo lebt der Mensch überhaupt wenn die wo ein Mensch lebt ich will Ihnen die Antwort geben vielleicht behalten gedeckt wie leben am zu leben dort ist ein Wort wie leben aber solange ein Mensch geschtlich tot ist lebt er nicht dort ist nicht das Ziel wie leben am zu leben und wird wo ist das Leben her gekommen dann fragst du dich vielleicht wo ist das Leben zu kriegen viele Menschen von der Gunt zwar in dieser Welt aber die haben zu leben dort sind die Menschen wenn die am fallen sind dann wollen die für alle Ewigkeit in Hall sein also wie leben habt ihr ihr am zu leben soll ich einmal sagen vielleicht fragst die wo ist das Leben erschienen wo kriegt man das Leben ich will nicht einige Faschen ganz klar erwähnen wo die Schrift du sagst einmal in Johannes Kapitel 17 Vers 3 das ist das hohen priesterliche Gebet wird Jesus beten denn du sagst das 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 ewige Leben das sie dich der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast Jesus Christus erkennen dort erst dort leben also dort erst dort ewige leben dort wie am also Gott in Jesus Christus dem wird heilig schenkt dort wie dem worden erkannt also der Mensch lebt um ein Kind Gottes zu worden in Johannes Kapitel 1 Vers 12 du sagst dort heil kommen sie in Eigentum vers auf aber die sind die Namen nicht ab dann sagt das wo viel am Ober ab Namen denen gehofft heil dort verreicht Gott seine Kinder zu wurden so diese Frau kostet die Antworten und du dort leben selbst abgenommen hast in eine wieder steht sagt in Johannes Kapitel Vers 25 du sagst so ich bin die Auferstehung und das Leben wer an mich glaubt der wird leben auch wenn er stirbt so kipp wo ein Mensch ist Sigmat Jesus Christus begegnet ist dort Jesus Christus in seinem hohen Leben ab und ungenommen hat damit einmal erkannt ein Mensch wo tot ich habe diese Welt sein Ich sehe nicht bloß viele Äldren viele Väter die glauben sie haben alles getan wenn sie ihre Familie immer gesorgt haben dort ist eine Pflicht ich will euch verachten dort ist eine Verantwortung wo die älteren leben besonders auf den Fuhren in Heim dort hat die Familie versorgt aber du hast nicht alles getan damit kannst du noch nicht sagen dass du erkannt hast wo dort brückt am leben du wen hast du noch nicht dort leben selbst in die abgenommen also einmal dem Mensch es bestimmt zum leben gläubi Gott mögt den Menschen zu sterben wir dort die Pläume Gottes dort Menschen sollen sterben dort wir nicht dort wir nicht Gott sind Pläume und Gott fragt wenn wir in Hesekiel 3 lesen du fragt Gott den Menschen worum werden gestorben Hesekiel 3 vers auf ich würde mal lesen du sagst so wahr ich lebe sagt der Herr Herr ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen sondern daran dass sich der Gottlose von seinem Weg abkehrt und lebt so bekehrt euch doch nun von euren bösen Wegen dann ist hier noch die Frau warum wollt ihr sterben ihr vom Hause Israel worum hier wird viel besser zu leben als im dort sein so Menschen die Jesus Christus noch nicht in ihr Leben ab und genommen haben für denen ist das Geheimnis so wie es ist Natur heute die natürliche Mensch sagt die hellige Schrift die vernimmt nichts vom Jesus Gottes die kann nicht begripen wenn die Christen von der Freude reden dann wollt sie noch nicht von wo die reden das tue nicht aber damit einmal wenn ich das selbst erfahren habe und habe meine Sünden Schuld um krieg zu bringen nur sind vergift worden durch das Blut von Jesus Christus nur habe Leben gekriegen nur habe eine Hoffnung dort war mein Leben nur auch war der Ingo aber auch wieder leben das Geheimnis aufheben finde ich dort sage dort wer un am Gläubende die lebe und wenn er stirbt dort ist das Ziel dort ist das gut wie erschaffen sind so Gott will nicht wenn du von dir im Tod lebst wenn du von dir noch tot bist in deine Sünden das ist will ich dir sein dort ist nicht Gottes will Gott sehen well dass wir aus dem Tod rück kommen dass wir Jesus anrufen dass wir am an ihm tun und dann wird er uns zum Leben bringen durch die nie wahre Geburt dann wirkt der hellige jes die wahre Geburt in den Mensch und dann stirbt der aller Mensch in ein nier Mensch steht ab und der wird jubeln der kann jubeln der kann sich freien die kann loben im präsen wie es Gott an dem Leben gebracht hat eine andere sei wo in der schrift sagen das wie sind er schaffen wenn wir das in 1. Korinther Kapitel einfach nähen lesen du sagst dort es ans Beruf am sinnen sehen Gemeinschaft haben Gott mögt den Menschen nicht dem sterben sondern er mögt den Menschen die leben soll aber heute seht den Menschen den Dach wenn die Frucht äten wird gesagt du nicht von äten dann wurde gestorben in die Menschen wir angehorsam und deswegen wird alle Menschen gestorben die Schrift sagt wenn sie sehnt wird wenn sie sind die Menschen von dir also in 1. Korinther Kapitel 1. du sagst Gott ist treu durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus unseres Herrn also hier sagt die Schrift sehr klar dort ist die Gemeinschaft mit dem Herrn dort ist die Sehne vom Leben in Kipmul wird bisher aus dem Menschen gesündigt haben wie eine Tranung zwischen dem Menschen und Gott diese Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott die wir nicht mehr tun aber ich habe einmal gesagt diese Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen die haben Jesus Christus Jesus kam auf diese ihr und er gestaltet weiter trage und Jesus Christus heute ist der einzelne Vermittler der wohnen wie in Gott kommen können so sagt das in der Bibel also mit einem Gemeinschaft leben wer von Jüng kennt nicht die erste Frage im Kekissen du sagst was ist das notwendigste wonach ein Mensch in diesem Leben trachten soll ist dort Rektum ist dort Arbeit ist dort irgendwelche Güter nee dort sagst du in Gottes Gemeinschaft und Gnade zu leben und der eins also das meint Luther die ewige Seligkeit zu erlangen dort ist das wichtigste wo nur der Mensch in diesem Leben trachten soll ich freue dich einfach was ist den trachten in diesem Leben nur was tragst du also und wenn ein Mensch erkennt wotow er lebt wenn er das Leben ab und ungenommen hat dann lebt er am Gott verherrlichen sinnrig zu bühen und für den Herrn dort sein aus dem Werkzeug in Sinne hing also dass Gott den Menschen brücken kann für seine zwarte 2 in 1. Johannes Kapitel 4 Vers 12 das ist ein seien bekannter Vers wo du sagst du sagst wer den sehn haft der haft das Leben so sehr einfach also wo kommen das Leben kriegen wo kommen das Leben haben wir sind bestimmt zum Leben wo kommen das Leben haben wer den Sohn hat der hat das Leben wer den Sohn nicht hat der hat das Leben nicht so klar sagt die Bibel also hast du den Sehn Jesus Christus wann nicht dann wir annehmen wir nur ankommen im Glauben und dann wir unsere Sündenschuld erkennen wir machen unsere Sünden bekan an Vergebung beten und am im Glauben für uns persönlich annehmen und dann wird er uns die Sündenschuld vergeben und er wird uns nie merken wir sind dann von nie geboren und dann sind wir eine neue Kreatur weil ein Mensch erkannt hat wo er lebt der hat sich mit seinen Schöpfer versäunt der hat sich versäunt mit seinen Schöpfer so wenn du dort noch nicht hast dann werde es so sein du bist dann ganz sicher der Person wer nicht erkannt hat wo er lebt die sind andere Dinge im Leben sehr wichtig also wer erkannt hat wo er lebt wer dort angesäunt hat der hat das Leben selbst abgenommen und das Leben dort fangt eigentlich du an wo man Jesus abnimmt du fangt das Leben auch Paulus he kund sein aus he aus Christ leben da Christus ist mein Leben wenn ein Mensch wird erkannt hat wo er ab zu ihr ist wo Gott am gerobt hat wo er überhaupt ist der kann mit Paulus mit stemmen Christus ist mein Leben dann sagt er sterben ist mein Gewinn wenn sterben ist Gewinn bedient dann hat ein Mensch erkannt wo er lebt weil das fangt nur diese Zeit fangt die Ewigkeit an und dann wird es sehr wichtig sein weil ein Mensch wird erkannt wo er lebt der lebt mit dem Ziel ab dieser Jahr in Serien zu sein ich will einen Aufschnitt lesen von was Paulus sagt in Philippe Kapitel ein nicht den Aufschnitt immer so sehr viel wird ich würde hier lesen Vers 12 wieder Philippe Kapitel ein du du sagst du Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn dann sagt er wenn aber das Leben im Leib mir dazu dient Frucht zu schaffen so weiß ich nicht was ich wählen soll denn es fällt mir beides schwer ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein was auch viel besser wäre aber es ist nötiger im Leib zu bleiben um eure Willen und in dieser Zuversicht weiß ich dass ich zu eurer Förderung und Freude im Glauben bei euch allen sein und bleiben werde damit euer Rühmen in Christus Jesus groß wird durch mich wenn ich wieder zu euch komme also merkt hier mal der Apostel Paulus hat ein Ding klar er sagt er weit mäßig wo ich wählen soll er sehr viel gelesen Menschen haben sehr viel gesagt und dann kommt über diesen Entschluss er weit mäßig wo ich wählen soll ähnlich wo er gleich zu stoff wenn er weit dann wo er kann wie Christus sein und er sagt er wird viel beter sein für er aber er sagt er wenn ich denke und er wird so gerne noch lange begonnen sein um in Segen zu sein um das Evangelium wieder zu bringen er sagt hier und in dieser Zuversicht weiß ich dass ich zu eurer Förderung und Freude im Glauben bei euch allen sein und bleiben werde so Paulus hat klar wenn ich länger leben dann wird dort bedienen dort ich ein Segen für andere sein und ein Mensch wird dort erkannt haben wo er lebt der lebt mit dem Ziel neue Fruchte bringen im Leben und Schätze sammeln für alle Ewigkeit ich will noch einmal sagen du sind viele Menschen die sind sehr beschäftigt in diesem Leben mit Schätze sammeln sehr beschäftigt dort berg fehl tegt sie sehr viele wichtige Dinge vernachlässigen bloß wegen sie das im Ziel haben meine Schätze sammeln und die Bibel redet von wir sollen im Himmel Schätze sammeln wirklich wie im Himmel Schätze sammeln so haben wir sehen mal du kannst keinen Schatz mit dem Himmel nehmen schauen wenn wir waren gestorben wir haben einen Leuten die sagt das letzte haben das hat keine Füppen das ist das Wort warum nicht wenn wir die Füppen vollstorben würden das nimmt sowieso nicht mit so sie mit nehmen wie nichts mit dem Himmel alle Schätze wenn du sammeln was im Himmel der wird wie während dieser Tid nü während wir leben während wir gesund sind während wir klar denken können will wir gelegen haben nü der wird wieder im Früh anschein und ein Mensch wird erkannt haben wo er lebt in dieser Welt der diese Tid diese goldene Gnodentid der brückt er an durch Schätze zu sammeln wo arm wird so ein Mensch sich verkaufen wo du knapp bekämpfer Ware geboren ist er wird nicht in Hall gehen er erst geraten aber er auf scheine Schätze gesammelt im Himmel in dieser Tid aber wird immer nicht so wichtig so er will sein so mit Schätze für die Ewigkeit lebt mit dem Ziel und er kann noch ein Ding sein ein Mensch wird diesen Sinn vom Leben erkannt hat wenn er du weit wo er lebt die der Seelen rat wenn Ewigkeit ist er ist wenn der Herr Jesus mit ihm kommt dann er schäum hat er rat wer dann geraten ist er ist geraten wer dann nicht geraten ist er ist verloren in für all Ewigkeit wo Gläubi wo wir färten wo wir sind zu sind ich stohle man ich mal wo die Christen im Himmel sind sind was das waren sein sie haben kaum was getan für den nächsten fast kein Gebet für den nächsten sie haben sich kein Mühe gemerkt an den anderen Menschen irgendwo zu hauen sie haben kein mal wem wurden Zeugnis mit gedeutet sie haben sich kein mal wurden reise gemerkt extra mehr das Ziel am sein irgendwie den Menschen raten den Menschen das Evangelium mit er hat geistliche Literatur ver hat vielleicht mit das Ziel mit der ähnliche verlangen das Menschen wollen du darf kein gerat sein also Seelen raten kann sein ich wollte Ihnen diese Frau und die Brücke nicht mehr beantworten wenn ein Mensch sage es wahrer geboren er lebt über nicht mehr dozil seelentral haftet dem Sinn vom Leben wörtlich erkannt wird ihr will am paus sage immer war wenn ein Mensch sich bekehrt ganz abrächtig und Jesus ohnimmt aus seinem Radar und nicht von dem Dach an anfängt zu beten zu wirken und irgendwo zu bidrillen und andere Menschen können gerat sein ich sage ich darf überhaupt nicht begriffen am Wort geht so wenn wir nicht das Ziel haben Seelen zu raten dann werde ich sagen dann habe das Ziel vom Leben den Sinn vom Leben noch bloß in gewisse Mut erkannt wenn wir Kinder Gottes sind so das ist nicht ein Thema bloß für solche Menschen nicht Christen sein dort ist die Personen die waren geboren sind und ich lebe immer so ein Mensch der das Leben erkannt hat der hat ein deutlich verlangen sich mit dem zu treffen von wo das Leben kommt und dort ist Jesus Christus und dann will ich noch das letzte sein ein Mensch der das Leben erkannt hat die 30 von Dinge wo ihr das Leben selbst in ihr Vorsagen zerstören oder sogar Duhl riechen tun ich will ihr mögen vielleicht hast nur gedacht vielleicht hast es klar als du eine Antwort hast für diese Frau ab wie überhaupt erkannt haben wo wir leben wenn du noch nicht erkannt hast dann will ich dir sein solange du nicht das Leben selbst abnimmst und dort ist Jesus Christus solange du Keumel sein dort du überhaupt erkannt hast wo du lebst dort ist der erste Schritt das ist der erste Schritt wo wir merken man dort wir mit eine abreichende Buße und Reue nur Jesus Christus kommen in einem Glauben für uns persönlich im hohen Leben abnehmen sodass er ans Leben nie mehr ankommt dass wir kennen weiter geworden und wann wir das getan vielleicht sagst du okay dort habe ich alle getan aber dann dann sagst du hast du aber danach erkannt diese Tid wenn die dann noch geblieben ist weil wir sagen dass wir schon im Zeugnis hier haben wir für den Teufel gelebt aber dann einmal ist der Tag oder Stunde gekommen wo ich mich bequered hat so okay dann wir sagen Gott sehr Dank dass wir haben alles verjährt was in der Vergangenheit ist wir haben so Gnädigung Gott er verjährt uns die Vergangenheit aber diese Tid wo uns noch geblieben ist wo fehlt das ist nicht aber sind wir diese Tid Hand zu spenden dass uns gebraten kann aus ein Werkzeug um sinnreich auf diese Erbüren um den Menschen das Evangelium bringen und die Menschen sollen raten durch das Evangelium mit diese Verantwortung das Evangelium wieder bringen auf wem liegt die von dem die jünger sind alle weich die 12 jünger wird Jesus damals heute sind weich die sind gestorben der hellige jes der ist vom himmel gekommen und lebt von dem in die gläubige Menschen aber wir können nicht sein dass dem helligen jes jene abgo den Menschen das Evangelium mit diese abgo und diese verantwortung bräutern gesessen die licht ab der wahre geborene King Gottes Gott will haben dort wir sagen das Evangelium wieder bringen und wenn wir erkannt haben wo wir leben dann ist das auch uns irrenslich verlangen dort in und verarmt leben so ich frage noch eine Stunde wo ich noch beden zum Schluss abgelehnt haben dort du wieder an ihr arbeit schenkt dir eine gelegenheit schenkt dir dass sie würden ihr hart aufmerken und dass sie würden in abbreche reue in buße mit ihrer Sünden schuld nach die kommen wenn du bess reue die menschen zu verjeben in aufget leben zu geben wir freuen die wieder an dienen sehen und wir noch denken wenn wir uns veraufscheiden wollen von der oben dass du uns begleiten und auch wir würden können die not denken und auch persönlich in unserem Leben in der dort am saht schenkt du dort in die ne greater to geno Amen